Yo, hi Pyros, ich wurde des öfteren unter meinem Video zu dem Lidl Prospekt gebeten, mal zu zeigen, wie das denn abläuft mit der Reservierung der Feuerwerksartikel. Das ist ganz einfach, ihr geht einfach auf Lidl.de slash Feuerwerk, kommt ihr auf die Seite, die ich hier gerade schon hatte. Alles easy, macht euch hier oben einen Account, E-Mail-Adresse, Passwort, ich glaube ihr müsst auch Straßen und sowas angeben, das weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe hier schon seit längerem meinen Account. Und ja, dann, wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr einfach hier, wähle deine Wunschfiale, klicke hier, dann wählt ihr eure Fiale aus, ihr könnt eure Postleitzahl eingeben, indem ihr hier auf Fiale wechseln klickt, klickt da einfach eure Postleitzahl rein, was auch immer eure Postleitzahl ist. Oder, wenn ihr wisst, wo sich euer Ort ungefähr befindet, einfach hier in Terrain. Ich habe jetzt hier Frankfurt am Main, habe aber in Hanau einen Laden ausgewählt, weil ich hier in Maintal feiere. Hier kann man leider nicht vorbestellen, der wäre nämlich dann in der Nähe schon vor der Haustür. Hab dann einfach den ausgewählt, Fiale auswählen. So, wenn ihr jetzt eure Fiale ausgewählt habt, klickt ihr auf das gesamte Sortiment. Wichtig ist zu wissen, das sind jetzt nur die Artikel, die man vorbestellen kann in diesem Laden. Es gibt ja regionale Unterschiede, in anderen könnt ihr Kubis reservieren, die Alligator und was weiß ich was noch. Und dafür Artikel von hier nicht, zum Beispiel die Matrix oder die Black Eyes könnt ihr dann da wiederum nicht reservieren. So, das heißt, bei euch kann es komplett anders sein als bei mir, aber im Endeffekt läuft es genau gleich ab. So, wichtig ist noch anzumerken, ihr müsst für mindestens 20 Euro reservieren, müsst natürlich 18 Jahre alt sein, bis zum 27. Dezember, 23,59. Und ihr könnt nur am 30. Dezember das Zeug abholen, weil das wahrscheinlich erst am 29. gepackt wird. Kann ich mir schon richtig gut vorstellen. So, und wohl maximal 500 Euro habe ich gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich werde jetzt auch nicht den Warenkorb für 500 Euro vollhauen. Wir fangen einfach mal an. Es sind Produkte, die ich mir holen würde. Oder hole, eher gesagt. Die reserviere ich jetzt nur für das Video. Ich werde es aber persönlich so bei der Einkaufstour mitnehmen. Wir haben hier einmal die Laser. Die wird eingepackt. Dann einmal die Discovery, war ein schönes Ding. Die Hellboy packe ich mir einmal ein. Die Matrix, die hat mir auf dem Vorschießen vorhin sehr gut gefallen. Die Black Eyes, seit Jahren dabei, ist immer noch ein super Teil. Was haben wir denn noch? Verbünde, ja, die können sie behalten. Das Fire Fantasy, definitiv. Toll, danke schön. Gesamtes Sortiment, so. High Speed Bombs nehme ich nur einmal, weil die haben mir diesmal nicht so gut gefallen. Ihr seht schon, die Gold Rockets kann ich zum Beispiel auch nicht auswählen. Ja, komm, fürs Arena of Rocket packe ich jetzt einfach mal ein fürs Video. Ich persönlich fühle mir immer, dass Indianapolis, wenn mir einfach die Aufmachung besser gefällt, ist Geschmackssache. Ja, das Sortiment bleibt liegen. Nehmen wir noch hier ein paar Flashbanks mit. Vier Stück. So, dann sind wir bei zwölf Artikeln. Nehmen wir noch als letzten Artikel, ja, das Feuerfeger, packen das rein. Gehen dann einfach, wenn wir das jetzt fertig haben, in unseren Warenkorb. Hier seht ihr nochmal euren ausgewählten Lidl-Filiale. Könnt ihr hier dann nochmal wechseln, falls ihr doch aus Versehen falsch geklickt habt. Sehen ihr jetzt nochmal die Laser, Discovery, Hellboy, Matrix oder Matrix, Black Eyes, Fire Fantasy, High Speed Bombs, Irwinhoff, Rockets, Flashbang und Feuerfeger. Sehen hier die Menge. Sehen hier dann den Einzelpreis und den Gesamtpreis für das Produkt. Und haben dann hier unseren Gesamtbetrag, was bei mir jetzt in dem Fall ein Betrag von 87,38 Euro wäre. Um das jetzt zu reservieren, klickt ihr einfach auf Reservierungsbestätigung. So, deine Reservierung ist bestätig, Reservierungsnummer 57954. Um da jetzt was ändern zu können, klickt ihr das Teil hier oben an. Ihr seht hier eure Reservierungsnummer, den Status seht ihr hier natürlich auch. Hanau und wann ich das abholen kann. Während 4 Hallöffnungszeiten ist ja logisch. So, dann könnt ihr hier jetzt auf... Dann ist jetzt eure Stornierung erfolgreich. Und das war es dann auch eigentlich schon wieder. Ganz einfach, oder? Genau. Dann bedanke ich mich bei euch an der Stelle fürs Zusehen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst mir ein Like da. Schreibt mir einen Kommentar unten in die Kommentare. Und gerne auch Vorschläge für weitere Videos. Wenn ihr übrigens Einkaufslisten sehen wollt für 50, 100, 150 Euro, dann schreibt einfach auch unten rein. Darüber freue ich mich. Die werde ich dann schnellstmöglich machen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.